Herzlich willkommen, unsere sechs Junioren. Ich darf vorstellen, die Startnummer 151, wir haben ihn schon gesehen in der Neulingsklasse, wie gesagt, er ist ja 16 Jahre alt, Herr Patrick Hüsinger. Startnummer 151, Herr Adrian Calanderi. Mit der Startnummer 156 sehen wir den Herrn Martin Hason. Die Nummer 161 trägt Herr Martin Baumann. Mit der Nummer 167, Herr Ali Bacicci. Und mit der Nummer 174 begrüßen wir Herrn Halit Tarragötz. Geht einmal ein bisschen weiter nach hinten zum Bühnenintergrund, weil da war das Licht vorher so gut in der Damenklasse. Weiter nach hinten lassen. Und vielleicht noch ein bisschen ein Stück nach rechts. Ja, passt das für die Gewohnung? Eine Vierteldrehung nach rechts. Von allen Bühnenintergrund, wie gesagt, er hat der Mensch als Omaier感, der Mann ist nicht mehr so gut in der Näheu. Noch ein bisschenitauschen? Noch ein bisschenitauschen? Noch ein bisschenitauschen? Noch ein bisschenitauschen? Doppelbizeps Danke sehr Latissimus von vorne bitte Doppelbizeps Danke sehr Eine seitliche Prostlose Seitliche Prost Jeder von seiner besseren Seite Danke sehr Danke sehr Seitlicher Trizeps Jeder von seiner bevorzugten Seite wieder Danke sehr Nun von rückwärts Doppelbizeps mit Wade Danke sehr Latissimus von hinten Danke sehr Und wieder von vorne Baut und Beine Danke sehr Und als retten Prostlose In großen Maskula Danke sehr Doppelbizeps 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 Dritte Baut und Beine Doppelbizeps 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 Seitlicher Drittseck, bitte. Danke sehr. Noch von rückwärts. Doppelbizeps mit Waden. Danke. Wieder von vorne. Bauch und Beine. Danke sehr. Most Machula, bitte. Danke sehr. Danke. Haben alle ihre Ohren gewertet? Ja, haben alle gewertet? Ja. Dann bitte ich den Techniker, dass er die Musik in wenig laut kann. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung.